Hey, komm zum Sweep-Buff, komm zum Sweep-Buff, bitte! Ich komme! Danke schön! Reaper, ich bin hier der Susano Main, Bro. Und hier brauche ich keine Tipps, du Hund. Reaper, Bro, die letzten Games waren bei dir nicht so, äh... Ich will nicht über das Susano-Gameplay herziehen, aber es war scheiße. Achilles fehlt, also der Solo-Lehne fehlt, sagen wir mal so. Entweder ist es Ravano oder Achilles. Es ist Achilles. Ich sehe ihn noch nicht. Ich komme schon mal hierher. Ja, Achilles, passt, der ist links. Ja, das hast du vielleicht, äh... In dem Level, wo du spielst. Aber nicht bei uns, Bruder. 됐! Oh nein! Boah, neiste, ich mache hier fast Platz! Schade, ah du Bruder, Bruder du warst zu laut, da konnten wir nix machen. Ein paar einzige Geilste trafst ich je nicht. Lieber mach du lieber keine Heiß gegen Heißspieler. Havanna fehlt, der ist zu seinem Speed und kommt danach zum Blut. Also wenn du grad irgendwie Lead ist oder so, dann können wir die invaden. Okay, es ist eher gleich. Okay. Also ich bin hier auch nicht im Vorteil grad. Ja. Ja. Ich nehm die Wave, mach einfach. Ich ticke euch im Ojas Level 4. Was ist da los? Ich supporte oder nicht? Ja. So schon. Digger, du bist so low, du Spast. Was? Was versuchst du überhaupt? Yo, einfach nur yo, das geht. Bist du nicht in der Nähe, gell? Schade, okay. Nee. Oh, yeah. Dann geht's von dem Follow. Komm. Willkommen Digi, willkommen. Ich tic um. Okay, ich back mal. Ich mach noch mehr. Oh, ist es schon Zeit? Ja. Einfach nur yo. Servus. Danke sehr. Uns geht's gut. Wie geht's dir? Yo, danke. Oh, my. Oh, my. so reset mal die sache ist so ein spaß digga er meint die ganze zeit zu invaden er killt sie sogar was will der von dir dass du da jetzt folgt ihm die ganze zeit her bei seinen behinderten dates jedes mal danach stirbt den sein blues da ich weiß nicht ich glaube ich habe heute nicht frei tschwami ich weiß nicht digga frag mal so ich dropp deinen blue ok ich back mal ein bisschen weil ich glaube irgendwie ravana ist gleich bei seinem blue ja der ravana ist ja ich mach ne wort hier brauchen auf jeden fall anti hier gegen dieses team ja man ne also ich spiel eigentlich so gut wie alles aber ja wobei aber in letzter zeit spiel ich auch sehr viel mit ja bei mir kann man eigentlich schon fast sagen dass ich sehr viel solo spielt also sobald schirmy schreibt machen wir alle zusammen okay ob er frei hat so jule nur für dich ich bin so einem skimmer der arme hat kein ziel nur für dich jule nur für dich nimm mal links ne wave okay falls geht ne bleib in der mitte die sind zwei er kommt zum speed buff kommt zum speed buff bitte ich komme danke schön ey wir können den kill denk den dying Clone ist hier diggi ich hab kein vata ich hab Darth Vader okay o'mon der arme digga durch aplicat jetzt wird er toxic aufsc Wasn't D egg Und der Achilles, der springt die ganze Zeit rum und du weißt, was das bedeutet. Ja, okay. Er ist abgefangen. Genau. Also, ich bin jetzt bei knapp fast 1,8 oder so, glaube ich. Und A-Saps auch so 1,7 oder so, gell? 1,6 irgendwas. Okay. Oh, sein Speedbuff kommt wieder. Soll ich mitkommen, Digga? Nein, nein, ich mach das alleine, dass du immer. Komm her, Bro. Komm schon. Spawn endlich gut. Von wo kommt Elo? Oh, der hat gehultet. Du hast es bekommen, Digga. Scheiße, Digga. Von wo kommt Elo? Was meinst du genau? Elo kommt, also, wenn du gewinnst, kriegst du Punkte. Und diese Punkte geben dir so ein, wie soll man sagen, was heißt Elo? MMA heißt es ja jetzt hier. Die ranken nicht so von deiner... Wie kann man das am besten erklären, Digga? Ich sag sozusagen, je nachdem wie viele Games du gewinnst und verlierst, kriegst du ja Punkte, abgezogen oder dazu. Wenn du halt gut bist und viel gewinnst, hast du ein gutes Elo und kriegst auch dementsprechend gute Teammates, Gegner. Das sagt sozusagen dein Drang aus. Ja, oder dein Level, also dein... Ja. Ich weiß grad echt nicht, wie ich es erkläre. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Das ist halt behindert, eigentlich ist es voll einfacher, aber mir fehlen die Folgen. Nein! Ich verzock eigentlich nur immer, weil er Ulti hat, Digga. Gute Begründung, ich verzock, weil er fünf Abilities hat. Digga, nein, Alter. Hätte der keine Executed, würde ich nicht verlieren. Weil ich will nichts irgendwie ausfallen. Oh shit, Ravanna will mein Arsch. Ey, was geht, Wolf? Der Hund. Oh shit, ich bin am Arsch. Ja. Am Arsch. Da hab ich gefehlt. Schade. Bruder, nein, ich schwöre, ich fick den. Der gewinnt nur, weil er Ulti hat. Das wird jetzt so ein Standart, der kriegt jeder und macht A7 fertig. Ist so. Finde ich gut. Wenn ich die scheiß Mucke immer bekomme, könnt ihr mich ins A7 fertig machen. Ich schwöre, ich mach eins gegen eins gegen jeden von euch. Aber nicht gegen Reaper, der scheiß. Ja, ist so, gell, Wolf? Du hast das für eine Ausrede. Ich schwöre, der hat nur gewonnen, weil er Ulti hat. Ah, sein Speedpump und ich kann ihn nicht mehr. Oh. Scheiße. Zit. 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 Ha ha! Zit hat sie today! begins? Very Wahnsinn. ULaughing. Oh. Bruder, ich meine blutige Ernst. Bruder, ich mache jetzt nicht Pyramid. Auf welchem Gott die meisten Anbieter? Ich glaube, bei mir ist es immer noch Thanatos. Und das ist schon ein gefühlseitiges Gamespiel, aber ich spiele den gar nicht so oft. Ich habe den halt früher hart gesuchtet, bei dir ist doch noch ihm hier, oder? Bei mir ist es immer noch ihm hier, Alter. Wir kommen da nicht drüber, Alter. Lass dich mal zurückfallen. So. Ach, scheiß auf den. Geh mal in seinem Club, Alter. Nein, ich töte ihn. Oh. Siehst du? Ja. Siehst du, Wolf, Alter? Den kurz auseinandergenommen. Okay. Ich komme, ich komme. Er hat seine. Er ultet mich. Wann kommst du drauf? Tade. Ich war auf dem Weg, Alter. Hat der Speedbuff gehabt? Hat der Speedbuff gehabt? Nein, hat er nicht, hat er nicht. Machst du mich da. Oh, ist es Beating-Zeit schon? Was für geklaut, Diggi. 80% von seinem Leben habe ich runtergemacht erst. Und dann kommt der Jungler-Hund und nimmt den Kill. Bei meinen Eiern. Dieser Pisser wollte den Scheiß, äh, was wollte er machen? Bluebuff? Ja. Hat ihn zu töten, Diggi. Unglaublich. Eines war noch frisch. Ah, Juli, ich hasse dich. Ich scheiß dir. Wovie habe ich das jetzt verdient? Ohne Grund. Guck mal, Diggi, ich habe sogar 600 Gold mehr als der, als Oxfords. Was war mit einem Krieg hat, der gefangen hat. Ein Krieg war zu j compassionate. Uuuuuh, los geht's. Uuuuuh, los geht's. On my way. 3 3 7 3 7 8 8 uda Tog kommt man, ah, geht's. Ich war noch kein Seinsmal auf der Duelan in diesem Spiel. In Ernst? Ja. Der Duelan ist erstmal hart beschissen. Wolf du musst gucken was haben die Gegner. Die Gegner haben einen Ravana der heilt. Die haben einen Achilles der heilt. Die haben eine Jemoja die heilt. Also es bringt mir nicht viel wenn ich Crusher hole. Weißt du? Ich bin im Radio. Oh mein Gott. Ich hab dich im Radio gesehen. Der Achilles fehlt. Der Ravana. Der Er Ford ist weg. Der Ravana. Der Ravana. Der Raja. Der Raja. Der Raja. Der Raja. Der Raja. Boah, wir spielen schon gut ne Weile, seit Season 1 denke ich, wir haben dazwischen mal so ein halbes Jahr aufgehört und dann mal drei Monate aufgehört, aber irgendwie sind wir trotzdem immer wieder zu Satan zurückgekehrt. Nein Digga, sowas wie Kill-Seer gibt es gar nicht, Kill-Seer-Cure heißt es. Ja Leute, ist echt so. Vielleicht sollten wir ihnen assistieren. Degel. Erika. Erst das scheiß Küken und dann direkt Erika, warum wette ich mir so gut. Was, Erika? Ist Tim hier irgendwo? Nein. Wir haben jetzt Tim ersetzt. Jetzt Leute, guckt euch das Leben von Achilles an, der hat noch 30% Leben vielleicht. Weiß ich nicht meinen, Alter. Hasse Emoja. Die denkt, ich gehe auf die, Alter, weil gehe ich auf jemanden ganz anders. Digga. Guck mal, wie die meinen Kill klauen, Alter. Die kommen zu viert, diven und klauen meinen Kill. Digga, da ist Janus irgendwo hier. Ja. Der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Ich habe Scher, wenn du irgendwie zu dir der schnackst. Ah, er hat gewolltet, ich konnte es noch. Nein. Ey, nicht noch eine Löhne. Egal, ich habe Kill-Seer-Cure. Dankeschön. Die Moja ist so tanky, Alter. Digga, Ra, kannst du mal deine Schnauze halten, Digga. Ich habe dir schlecht gemutet. Ich habe dir auch gemutet jetzt. Wie lang so? Sack. Ihr wollt richtigen Feier machen. Das wird nichts, Leute. Was, die wollen Feier machen? Okay, ich komme auch, aber ich glaube, das wird schon was, weil Nifis auch da. Okay. Ja, am besten wäre, wenn ihr noch acht Sekunden wart. Oh shit. Ich sag doch, das wird nichts. Ich secure es nicht. Oh Gott, Alter. Digga, weißt du, wie knapp das war? Ja, das war richtig knapp. Ja, das ist normal, Digga. Nein, das ist komplett normal. Ja, bei Reaper stimmt das auch. Du, hund. Sammeln doch ein! Also, je höher du kommst, sollte das normalerweise weniger werden. So, das Game ist jetzt so gechillt, da kann ich nebenher raufen, glaube ich. Ja. Oh, Gott, ciao. Also, ich glaube, Dino kriegt weniger Toxic-Claire als ich. Und wenn wir zusammenzocken, kriegen wir die meisten Toxic-Claire. Ja, weil Ace hat mir die ganzen Hunde ins Game. Kann sein, ich weiß nicht. Ja, er raucht Crack, der Hund. Ich habe schon gesagt, er soll aufhören, aber er will nicht. Ich kann nicht, ich brauche meinen Koks. Kennst du das? Manchmal denke ich mir, soll mal jemand kommen und mich töten, dass ich rauchen kann. Ja, die sind alle so low. Bruder, mein Crack. Keiner kriegt da was. Ja. Oh, Hildes ist hier. Oh, ich komme. Brauchst nicht kommen, kusch einfach. Aber der fickt euch da gerade. Niemand fickt uns hier. Okay. Nee, ich habe einen fahren lassen. Das geht für gewöhnlich so acht Sekunden. Das geht, Ravanna. Dieser Ravanna ist so suizidgefährdend. Ich merke es. Ja, da ist Speedbuff. Vielleicht. Nein. Ich rotiere mal. Ja, ich bin zurück. Ich hole Brawlers. Ich hoffe, wir verzocken wegen dem Ra nicht irgendwann, Alter. Ja, er ist ein kleiner Pistard. Ja. Ich hasse dich, wer auch immer dieses Lied reingemacht hat. Skipp den Scheiß. Skipp nicht. Ich glaube mir, der hört es. Ihr kleiner Wichs. Bruder, du kannst doch nicht unsere Zuschauer bringen. Das sind keine Zuschauer, das ist ein Hund, ey. Ich habe zwar Firegiant, aber wir haben nichts davon rausgehoben. Ja, wir gruten nicht. Komm, komm, lass in die Mitte gehen. Ja. Der Tower links ist je verloren. Scheiß drauf. Ja. Achilles, kommt, Digi? Digi, du entkommst nicht. Digi, was können wir dafür, wenn du ein Hund bist? Sie töten es draußen! Die Schäden sind in der rechten Läne. Ich hasse es. Digi, wir haben einen schlechten Zeit. Aber warum sind drei Leute, haben es superfuckig? Weil wir gegroupt haben. Du warst hier, Digi. Du warst da. Wir hätten die Mitte lane pushen können. Du hast gesagt, gruten, halt das Maul. Ich mute erstmal meinen Jungler, Alter. Mute erstmal den Chat hier, Alter. Und die Musikvorschläge. Warum, Jule? Das hat ein bisschen getan, dass du mich nerven willst. Mein Kicks. Verdammt. Man hört die Musik auch gar nicht. Welche Musik? Digi, es ist nicht leise. Ich wollte mal ein Feuer. Siehste, Jule, gib's ihm. Der Hund hat's nicht anders verdient. Ja, komm, lass mal in die Mitte gehen. Ja, ja, fisch auf den Weg. Oh, Leute, Alter. Oh, schade, hab ich nicht bekommen. Ich komm mit dir einfach, scheiße. Ja, ups. Was für Kill geklaut. Ich hab 90% vom Damage gemacht. Killsecure, Mann. Lern das doch. Nimm, nimm. Backen wir und gehen feiern? Nimm mal kurz Goldfury. Dann machen wir den Feuer schneller. Okay. Ja, wenn Gegner 10% Leben haben, sagt ihr trotzdem, wer hat 90% des Damage gemacht. Digi, kann ich doch nichts dafür. Ich secure hier Kills und ihr beschwert euch. Gank dir nichts. Ich kann den alleine ganken. Geh, Nadine. Gank, Feuergiant. Deni, holtet den. Irgendwann. Okay, hat geholtet. Attack, Feuergiant. Oh, ich bin fast gestorben. Digga, warum sind hier schon wieder Oni-Minions? Da kam doch schon die Wave-Oni-Minions. Das sind doch, das sind keine Oni-Minions. Leuchten die bisschen blau? Äh, rot meine ich. Ja. Das sind keine Onis. Ich verstehe nicht mal, was das ist. Ich hab mich auch schon oft gefragt, warum sind die auf einmal Oni-Minions und dann waren das gar keine. Achso. Die haben so einen roten Rauch, gell? Ja, ja. Ja, ich hab keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ja, ich hab keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ja, aber der kommt gleich, wahrscheinlich, Alter. Ja, ich hab. Ich bleib mal bei Ra. Ja. Ra ist in der Mitte, äh, Janus. Nice. Hier ist ein Raber. Janus ist gebackt, jo. Okay. Push die Midway ein bisschen. Ja, ja, push mit den, push mit den. Ja, Liz, ist fast tot, aber wahrscheinlich gehen wir den nicht. Ja. Fickt er den heute noch? Oh, ich denke noch. Oh, ich denke nicht mehr. Oh, das ist schade. Oh, ich denke. Und dann aktiviere die Gamble! Oh! Das ist ein Ding! Das ist ein Ding! Das ist ein Ding! Ahem! Your team has destroyed a left enemy tower! Definitive Salvation! Insight the cannon! That'll get us on base! Your team has destroyed a left enemy phoenix! You're killing it out there! Es kommen gerade viele Pfeil Minions! Ja ja, wir können in der Zeit die Titan! Ja ja klar! Ich tank einfach noch! Ja ja, alles Gute! GG! Oh, ich kann rauchen! GG! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung! Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere! Fickt euch! B fulfillmentante! Asperationsworte! Tabliche Χonut!